Komm, einfach hier durchschwimmen. Absinken lassen, absinken lassen. Super Mario Maker 2! Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. One Level per Day. Unterwasserabend...teuer. Von Zero Eleven. Upsala, ich hab zu viele Fische gesetzt. Schaffst du es trotzdem, es zu schaffen? Hm, doppelt gemoppelt. 52,38% Abschlussrate. 11 erfolgreich von 21 Versuchen. Es hat leider kein Herz bekommen. Aber gut, wenn man die letzten Level sieht... Hm, naja, mal schauen. Was uns erwartet. Ob es wieder ein Start-Screen-Level ist? Boah. Es scheint kein Start-Screen-Level zu sein. Von dem her müsste man schon ein Herz alleine geben, weil es kein Start-Screen-Level ist. Aber, naja. Wow. Die Folgen werden immer kürzer. Wir machen nochmal Neustart. Komm, einfach hier durchschwimmen. Absinken lassen, absinken lassen. Geht schneller? Geht schneller? So, ich stelle mir jetzt eine ganz essentielle Frage. Wichtige Frage. Schwimmt er schneller? Wenn er eine Katze ist und wenn er einen Stern hatte. Nein, schwimmt er nicht. Er krabbelt ja sogar noch hoch. Das heißt also, es gibt ein klitzeklitzeklitzeklitzeklitzekleine Möglichkeit, das noch zu verbessern. Und die möchte ich herausfinden. Also, wenn ich jetzt hier schon was mache, dann... Nee, so nicht. Dazwischendurch müsste ich. Dann hänge ich nicht oben an der Kante. Ah, da zwischen den Fischen durchkommen ist wieder ein Ding da... Ah, da müsste ich da unten lang. Okay. Na, komm. Es könnten Milli, 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 Milli Sekunden sein, weil man nicht oben an die Wand kommt. Ich habe die ganze Zeit nach rechts gedrückt und bin geschwommen. Das gibt's nicht. Ich muss doch schneller gehen. Ist das wirklich die ultimative Zeit? Es ist die ultimative Zeit. Also, den Weltrekord, den kann man gar nicht mehr bekommen. Wow. Nun gut. Also, du bekommst kein Boo von mir. Es ist jetzt kein gutes Level. Du bekommst aber kein Boo von mir, weil es war mal was Eigenes. Ja, das ist schon mal eine Steigerung. Und, ähm, ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, äh, falls es doch noch jemand schafft, den Weltrekord zu besiegen oder zu überwältigen oder wie auch immer, dann schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. 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 Vielen Dank.